So Leute, ihr seid auf Baller Casino gelandet, Baller Casino, zockt gerade auf Kasumo, Book of Gods, dann gehen wir mal runter mit dem Einsatz, ja ein paar Drehs einfach mal, mal gucken, ob das kommt. Na, das ist auch alles, ich weiß nicht, muss ich erst mal wieder einkriegen, was ist hier los? Oh, das ist alles, ich weiß nicht, was ich jetzt da auch. so ihr seht ja style mäßig das ding ist zum big time gaming so komm gleich rein fertig schade 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir brauchen Bücher, Leute. Drei Bücher. Ach, find der Typ hier an. Gibt uns einfach drei Bücher, sonst findet man. Drei Bücher. Drei Bücher. Drei Bücher. Drei Bücher. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Ah, das ist gut und schön, ne? Ja, das ist gut. 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 Ja. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Macht er nicht, Leute Ey, was geht? Das ist das Problem hier Wieder nicht Wahnsinn, Leute Ganz ehrlich Das ist das Problem hier Wieder zwei Chancen Und wieder nix Leute Endlich, Leute Wie lange hat das jetzt gedauert, Mann Und jetzt will ich aber was sehen, Alter Jetzt zahle mal Ey, ganz ehrlich Jetzt will ich aber echt was sehen Hier und hier Jawohl, nicht ein Ding oder was? Würde mich verarschen Ja Was ist das denn, ey Zahlt ja überhaupt nix Bleibt es jetzt stehen, oder was? Nein Ach, Leute Da habt ihr euch eine schöne Scheiße ausgedacht Das war nicht toll, Leute Dafür, dass ich da so viel weggedrückt habe Das ist jetzt kein großer Gewinn dafür Okay Also das kann ich nicht empfehlen hier Das war irgendwie ganz nice Aber empfehlen kann ich das spiel so nicht Ich möchte das ehrlich sagen Das hat ja ewig gedauert Bis man hier irgendwie Äh Papier gekriegt hat Ne, ne Also Leute Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Ja, das hat ja überhaupt nicht hingehauen Wir sehen uns Das nächste Mal wieder Daumen hoch Abo Und ja Und steif halten Und alles andere auch Also Bis zum nächsten Mal Ciao